Ich sage ich zum Rikir aus der einen Bumme... ...was? Ich sage ich zum Rikir auf der einen Bumme, wenn ich den trickleifte einmal in Schuh lasse. Aber er ist jetzt hier noch mal ein bisschen schaden... So. Na, liegt jetzt noch ein bisschen? Schau mal. Stehst du mal auf, Schatzenlein? Weiß ich nicht. So, aufmachen. Aber das, was meine Augen kleiner aussieht, ist groß. So. 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 Und. Die Haare bleiben zu da. So. 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 Weil du bist jetzt eigentlich der Ärmste, weil es noch nicht geraucht ist. Ich kann ja überhaupt nur Ruhe, glaube ich. Da vorne. Warte, ich hab noch... Ich kann ja auch nur Ruhe, wer ist jetzt! Ich kann ja auch nur Ruhe, wo du bist, wo du bist. Ich kann ja auch nur Ruhe, Ruhe, Ruhe! Probe! Ja, das ist gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Zwei Bier? Zwei Bier? Nee, aber ist ja auch falsch. Nur zehn dann.